Easy going, aber nicht für uns. Ja, heute läuft er nicht. Warum musst du immer so kicken? So, zack, zack, zack. Sagen wir es auch mal so, es kann ja auch nicht angehen, dass ihr die ganze Zeit da nur im Spawn rumkämmt. Ihr müsst halt auch mal ein bisschen aus der Deckung rauswagen. Deshalb bin ich ja so oft gestorben, Niklas, weil ich mich aus der Deckung rausgewagt habe. Ja, du bist oft gestorben, Jordan. Ich bin immer nur zum Payload gegangen und keiner ist hinterhergekommen. Ja, ich stand zwei Mitte daneben. So, Chantal, du bist mal schlafen, dann herzlichen Glückwunsch. Dann gute Nacht, ja, schlaf schön und sei beim nächsten Stream auf jeden Fall dabei. Ja, hier, morgen spielt der liebe Niklas nämlich Paragon. Ihr dürft ja alle mal reingucken. Ja, ich guck, mal schauen. Nein, du drückst dich nicht. Meinst du? Ich sag's jetzt einfach, ansonsten bist du ein ziemlicher Wichser. Wie bitte? Ich hab's gerade nicht ganz verstanden. Du hast ganz genau verstanden. Du weißt es nämlich, im Innersten. Jedes Mal, wenn du in den Spiegel guckst. Dann zerbricht der genau in die Teile und dann steht da Wichser. Genau. Nein. Drücken ist nicht, Jordan. Tramp war aber zumindest mal wie der beste Heiler. Tramp ist einfach, der ist einfach der Überheiler. Der Mann ist einfach kürzer. Der Pro Heiler. Über. Ja. Der Überheiler. Der Überheiler. Und der Mensch ist Mensch. So, Undergrinder, ich spiel jetzt Maeve. Aber der wartet sowieso, was wir wählen und passt das ja dann meistens drauf an. Ach, weißt du was? Ich ess jetzt noch ein Stück Pizza. Einfach, weil ich Bock hab. Ja, dann guten Appetit. Mhm. Danke. Danke. Ich hab grad vorhin noch einen Apfelkuchen von meiner Oma gegessen. Das war auch delicious. Nice. Mhm. Delicious, sagt der Junge. Delicious. Delicious. Wenn man halt von 19 Uhr von der Prüfung heimkommt, darf man auch gern mal noch einen Apfelkuchen essen. Hab ich noch nie so spät geschrieben, ey. Oh. Einer der wenigen Tage, wo Studenten sich mal richtig anstrengen müssen. Da sehen sie auf einmal, was es heißt. Ich weiß, was zu tun zu haben, ne? Ja. Ja. Undergrinder schreibt gerade, oder man hat mal Pip-Smurfs im Gegnerteam, die nur auf Maeve fokussieren. Okay. Ja, gibt solche und solche, ne? Da, da, da. Ich mag den Skin von Cassie. Ist geil. Cassie. Kann was. Iiii. Iiii. Der ist im Stream, jetzt habe ich auch Hunger, weißt du was? Legt noch einen drauf, mein Lieber. Geil. Geil. Fuck. Ey, da rotzt der Junge erst mal durch den Saal. Ich guck mal gerade, was in den Rewards und so abgeht. Oh, yeah. Oh, yeah. Are you mad? Und das Match heißt Match? Ja, das Match heißt Match. So. Weißt du was? I tried. I tried. Ich werde was eigentlich so versagen. Ah, weißt du was? Aber ich... Ich habe kein Level auf der alten Tusse. Aber weißt du was? Das drückt mich gar nicht. Ich probiere es einfach aus. Jetzt sind wir so das richtige Loser-Team, ne? Ganz ehrlich, manchmal muss man es einfach mal ausprobieren, ja. Deshalb sage ich auch, dass du morgen bei Paragon mit dabei bist, weil man muss manchmal einfach mal was Neues ausprobieren. Paragon fand ich damals eigentlich gar nicht so schlecht. Wie man schreibt auch gerade, Jordan, komm schon, jetzt will ich auch essen. Ganz ehrlich, so wie du mich hast essen sehen, dass du überhaupt noch Appetit hast, das wundert mich sehr. Aber bei manchen Menschen ist die Toleranzgrenze halt ein bisschen... Die Cassie, was hatten die für einen Rang? Alter. Jawohl. Und ich nehme auf jeden Fall erstmal hier Standard-Equipment. Ihr müsst ja halt auch bedenken, dass unser eigenes Level ja auch mit der Z immer weiter steigt und wir halt auch irgendwie immer weiter immer nur am rumspielen sind, anstatt uns wirklich mal mit den Charakteren auseinanderzusetzen. Eigentlich schon. Hast du mal darüber nachgedacht? Nee. Wir spielen einfach viel zu... Ja, trotzdem noch viel zu oft zu casual. Boom. Yeah. Dead Ass, baby. So. Äh, hi, Eve. Ja gut, ich probier das jetzt einfach mal aus. Alter. Er ist... Er ist mal... tot. Fast, ne? Okay. Oh, hinter uns? Oh, lol. Oh, lol. Da war ich gerade kurz überfordert, weil ich dachte, es wäre jemand hinter mir. Aber das war nur eine... Bombe. Ja, fuck. Und ich laufe direkt in die Bombe, Ryan. In die Bombe, Ryan? Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Woo! Ehe, ehe, ehe. Alter, hier hab ich Gefühl, ich gucke ein Porno. Bei jedem Sprung. Ehe, ehe. Echt schlimm. Oh, lol. Oh, lol. Oh, hi, Tramp. Oh, lol. Oh, lol. Gott, bin ich langsam. Ich nicht. Ich bin tot. Na komm. Pixel Peaking. Haha, ich hab Items vergessen. Bin so geil. Ja, Niklas. Ja, ich kann so viel. Und dann doch so wenig. Boah. Okay, das ist gar nicht so einfach, wieder zu spielen. Ich hab zwei Stück. Doch, ich hab Items dabei. Ja, hab's gesehen. Ja, weil. Ja, weil. Ja, weil. Ja, komm. Oh, nicht leer. Nein, ich muss wieder. Nein, sie hatte 0,001% Health. Und dann werde ich von Andraxxus gebumst. Und er, lol. Okay, das muss ich mir mal anschauen, warum das jetzt nicht geklappt hat. Erstmal auf eigene Leute schießen, weil ich's kann. Hilfe, oh, 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 scheiße. Ich muss heilen. Okay, also damit machst du... Ja, genau. Alter, heute läuft gar nicht, ey. Hahaha. Heute läuft rückwärts? Ich hab... An mir klebte eine Bombe. Aber in der Klebcam sehe ich zwei, willst mich jetzt echt verarschen. Bleibt mal beim Payload zu nehmen, weil... Ja, mach das. Ich versuche mir auch mal ein bisschen fort zu kämpfen. Boah, wacht auf. So, Idiot. Okay. Ja! Ein Kill! Ja! Ja! Double Kill! Boah! Don't push your luck. Also wenn ich mir die mal so angucke, hat die ganz andere Sachen gepusht. Du stoppst! Jawohl. Sehr gut. Oh, da oben. Oh, da oben. Und wenn ihr mal alle Heilungen braucht. Stimmt. Ich bin ja... Leider und so. Unter uns. Ich hab's gesehen. Komm! Das ist einfach nicht so... Ein paar Giftscheile verschießen. Keiner trifft. Ja, moin. Oha! Ne, das riskiere ich nicht. Heilung! Scheiße! Scheiße! Ich hatte mich weggemacht. Zu wenig. Ja, weg. So, Fire Shop. Schön, dass du dabei warst. Vielen lieben Dank. Alter. Oh, man. Was ist da los? Nein, falscher Knopf. Ja, auch. Chill, chill. Komm! Jawoll. Ah, stimmt. Das kann ich auch noch machen. Ja, ich hab meine Olden nämlich freigeschaltet. Geile Sache. Hilfe. Boah, Hilfe! Haben wir. Hilfe! Herr Banane sagt, die haben... Wo seid ihr? Alter, da hinten am Schimmeln, ey. Mit der kann man richtig abgehen, aber man muss schon wissen, wie man da spielt. So, einer ist tot. War vielleicht jetzt nicht die Beste. So, wär ich mit dir? Ja. Lol, wie schnell war ich denn... Ich krieg das teilweise gar nicht mit, wie schnell ich drauf geh. Weil ich... Er hält neben mich. Er hält neben mich. Er hält neben mich. Livestream, ihr habt's gesehen. Er hält easy neben mich. Äh, nein. Immerhin hundert Prozent. Immerhin. Immerhin hundert Prozent. Ich kann mir da voll dein Gesicht dazu vollziehen. Ich sag so, ey nein, du guckst wahrscheinlich so... So voll abgefuckt, die Facecam. Und so. Man sieht so in den Augen so durchlaufen, du dummer Bastard. Halt dein Maul, ja. Hahahaha. 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 Ja, aber damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. So. A bit of color. Oh, gerollte Banane stellt mir einen... Einen... Einen Frage. Einen Frage? Einen Frage? So, wie finde ich den Deadpool-Film? Mega. Deadpool war richtig, richtig lustig. Der war gut. Der war... Ich hab den richtig gefeiert. Ich hab den richtig gefeiert. Und Jordan sagt so zu mir, achte mal bitte gleich auf das... Auf das Autobahn steht. Und halb fünf Sekunden später Klatsch. Haha, die ist getriggert. Ach so. Oh shit, ich lauf mal wieder. Weißt du, welche Stelle ich am geilsten fand? Das Spoiler, das ist bei der Eismaschine. Ich krieg dich. Ich krieg dich nicht. Wer ist... Wie hieß der Typ? Weiß nicht mehr, Markus oder so. Wer ist Markus? Uah. Krass. Okay. Okay, ich schieße eine gesamte Salve und alle Giftpfeile in sie rein. Und die ist immer noch nicht down. Die gibt mir zwei Pfeile alles. Ah, von hinten. Ja moin, Digga. Oh, der... Äh... Ein Victor läuft, glaube ich, durch. Also 2-1 davon mit der Make-N-Spie. Ach ja, klar, natürlich. Zwei Drittel live, halber Schild, aber eine Bomb-King-Bombe, die reicht. Das ist halt echt grad ein bisschen krass. Okay, Moment. Das muss ich mir jetzt angucken. Oh, gestunnt. Klar. Fuck, direkt rein. Ähm... Alles klar. Hm. Just saying, bruh. Ach, klar, natürlich. Auf jeden Fall. Genau, Francis war es. Wo ist Francis? Ajax. Klingt wie so ein Allzweckreiniger. Und... Boah, ey, wie dieser Scheiß an Droxt, aber auch immer... In der Millisekunde, wo er sterben müsste, diese Scheiße... Also, was ist das denn für eine Kacke? Ich bin full live und die fickt mich trotzdem. Dann bist du nicht full live. Dann bist du half live. Ich hab ein Schuss abgekriegt. Einen Schuss. Boah, nicht der... Alles klar, Jordan Freeman. Danke. Danke, Normi, ja. Hab zurückgespürt. Er hat merklich daneben gezählt. Vielen lieben Dank, ja, dass da einer mal... Das überprüft. Boah, ey, jetzt kommt... Alter Schede, ey. Wie seid ihr eigentlich schon wieder? Da ist es schon... Ich bin gerade ganze Zeit tot. Ich krieg Dauerhits. Ich krieg Dauer-Devs. Ich vergesse immer, dass du mit Androxes ja auch diesen Dash nach oben machen kannst. Fuck. Ja, aber daran liegt das, wenn man das Spiel noch nicht so wirklich verinnerlicht hat. Oh Gott im Himmel. So, gebumst, Amanda. Amanda. Ah, ich treff mit der einfach auch nicht. Oh, klar, natürlich. Die hat mich auch die ganze Zeit gesehen. Ich werde unsichtbar gestackt. Alles klar. Oh, wow. Ich hab da keine Texturen mehr gesehen, wo die hingeschossen hat, aber die wusste, dass ich da stehe. Ja, wäsch. Ha, geil. Ich glaube, ich hab den krassesten Cassie-Turner kassiert, den ich jemals bekommen hab. Ich und Eevee haben uns gleichzeitig gegenseitig getötet. Weg. Genau. Jetzt läuft's langsam. Naja, das kommt aber früh. Ja. Ja, aber ich muss mich erst ein bisschen mit da einspielen. Oh, 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 oh. Scheiße. Ja, okay, da konnte ich nichts mehr machen. Ja, lass mich doch mal spawnen, ey, die eine Sekunde, die hält doch locker zwei Sekunden. Das kann mir doch keiner zählen. Die eine Sekunde hält doch locker zwei Sekunden, Jordan 2017. Die eine Sekunde hält doch locker zwei Sekunden. Ja. Ja. Richtig hart in Ass. Komm, Cassie. Warum muss ich immer zuerst? Könnt ihr mir nicht helfen oder so? Fuck. Jetzt weiß noch, wie's mir die ganze Zeit geht, wenn ich tanke. Nee, nee, es geht darum, dass ich einfach rausgefokust werden. Ha, motherfucker. Double kill. Oh, Alter. Oh, Bomb King. Nee, aber hab ich clever gesetzt. Ja, Bomb King um die Ecke. Ja, genau, richtig. Ja, 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 ich komm gleich dazu, dann pushe ich mit zurück. Der rollte da oben lang. Ja. Fuck, das war... Och, ja, okay, ja, natürlich. So ein Schild, der bedeutet ja nix für so ne Scheißbombe. Kingbombe. Nein. Schade. Errungenschaft freigeschaltet. Thema Platinum. Ah ja, okay. Oh, lol. Hä? What the fuck? Ja, genau. Hä? Spielst du ranked? Spielst du ranked? Nee, eigentlich nicht. Weil du hast ne Ranked Anzeige gehabt und deine Sky war Rang 8. Ja, das hat mich auch gewundert. Ich hab noch nicht mal einen Rang mit der gespielt. Nicht ansatzweise. Du kannst doch nicht mal ranked gespielt haben, weil du nicht genug Champions auf dem Level hast. Richtig. Ich glaub, das Spiel will mich verarschen. What? Wahrscheinlich bin ich geranked, ne? Wahrscheinlich bin ich geranked. Ich könnte dir vorstellen, dass für uns ein Negativrang erfunden wird, aber alles andere wäre unsinnig. Ja, wir kriegen dann so einen richtig hässlichen Rahmen, ja. So ein Kackhaufen. Ja, genau. Ja, so ein Kackhaufen, ja. Quatsch, so aus modrigem alten Holz was das so zerbröckelt. So, ich lese jetzt erstmal wieder so ein bisschen Text. Ah, da wird sich so ein bisschen über Deadpool sich unterhalten. Ich liebe den Film auch, aber ich find die Szene so geil, wo der Innen-Taxifahrer seinen Cousin im Kofferraum hat und er dann jemand hinten reinfährt. Ja, der war auch mega. Das war lustig. Ich find's auch geil, dieser Song, der im Film ja läuft. Der ist ursprünglich von einer YouTuber-Truppe zu dem Deadpool-Videospiel gemacht worden. Und die sind dann gefragt worden, ob sie eine extra Version für den Song machen, äh, für den Film machen wollen. Mega geil. Ich glaub, war das Team Headkick? Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Weißt du das noch, George? Team Headkick, ja. Der Song ist doch der absolute Hammer, oder? Undergrinder-Lol. What? Cassie war Meister-Cassie? Ja, so schnell kann's gehen. Cassie macht den Meister. Beule! Soll ich dir noch was sagen, Norman? Ja? Soll ich dir noch was sagen? Dumbledore wird auch getötet und stürzt vom Thron. Nee. Vom Thron. Vom Thron, ja. Denn, äh, der Norden vergisst nie. Was labusch, was labusch du? Normandy 1998. Mhm. Spoilers. Frage mich, ob vielleicht irgendwelche Doctor Who-Fans unter unseren Zuschauern sind, und die dann da den Witz mit Spoilers verstehen würden. Glauben nicht. Also ich nicht. Ja, muss noch Doctor Who gucken. Cassie stinkt hart nach Magie. Ach, Cassie ist voll geil. Aber dafür warst du wieder Best Frontline. War auch gut. Einer muss ja pushen. Einer muss pushen, ja. Einer wird halt Top-Play, ja, und der andere muss halt pushen. Ja, ganz ehrlich, du bist halt so dieses Theodiki, die was den Kills hinterher rennt und nicht das Mission-Objective im Auge hat. Also, ich kann mich nicht beklagen. Ich habe richtig, richtig, richtig geile Sachen gemacht. Richtig geile Sachen, ja. Hast du mal gesehen? Eine Lack-Ulti. Ja, eine gut platzierte Ulti heißt das, Niklas. Lack. 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 mein Hirn, das funktioniert auf eine ganz besondere Art und Weise. Genau, genau so. LiquidSoup schreibt gerade, ey Jordan, die letzten zwei Runden hatten wir nur Hackers. Es färbt ab, merkst du so langsam, Jordan? Ja, es färbt ab, ja, dieses schnelle Urteilen darüber, ob jemand ein Hacker ist oder nicht. Die eine Cassie hat aber teilweise echt krass gezielt, also entweder hat die einfach ein mega gutes Aim gehabt oder einfach eine gute Maus. Aber kein Skill, auf gar keinen Fall, das kann nicht sein. Nein, heute nicht. Gar kein Skill, ich meine, wo kommen wir denn dahin, wenn wir unseren Gegnern ein Skill zusprechen? Als wir den letzten Rainbow Six Siege Stream gemacht haben, die Gegner waren schon gut, aber wir waren auch gut. Ja, du hast gestern mal die Aktion von mir im Streamform Rob 0 sehen müssen. Ja, das habe ich leider nicht gesehen. Was hast du gerissen? Da musst du mir nochmal angucken. Ich meine, es waren vier Kills der Reihe nach. Es war leider kein Ace. Na, schade. Egal, dann ist das nächste jetzt der Ace. Der Ace! Ich glaube, das Ace, aber ja. So, läuft da jetzt was? Nö, läuft nicht. Ja, wir warten halt. Wir warten. Wir warten. Weil mir steht nichts, dass ihr sucht. Ich drücke aber schon zum zweiten Mal auf Play again. So, ich bin ja fleißig am drücken. So, jetzt zeig's bei mir an. So. Guck mal. Okay. Ja, manchmal hört er nach einer gewissen Weile einfach auf. Dann steht da Searching, Searching. Und dann steht da wieder Play again. Searchen, Searchen. Searchen. Dann steht da wieder Play again. Dann steht da Zitzen. Und dann steht da wieder Play again.